Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge. Heute spiele ich mal wieder Rocket League. Rocket League ist nämlich ein Spiel, in dem ich richtig gut geworden bin und wir starten direkt mal rein. Let's go. Es ging wirklich direkt los, ne? Eeeh, okay. Ich baller den erstmal darüber. Oh, wie schlecht. Ah, kein Boost. Jo, der Schuss war echt stark. So, hoch. Oh nein. Er konnte ihn gar nicht mal versuchen. Okay. Mitte. Er hört nichts, natürlich. Ey, nein. Ich war zu lang in der Luft. Oh, das wäre ja mega der Leck. Nein. Na, ah, oh. Wieso komme ich überhaupt in der Runde, bei der es schon 3-0 steht? Wie ehrenlos. Junge, nur Dating, verliere ich jetzt diese Runde. Wie lame. Wie lame einfach. Oh, schade. Der Pass konnte nicht verwandelt werden. Ich würde ganz schnell nehmen. Dann fickt das kein Gegner. Oh, ne. Air-Dribble kann ich absolut nicht haben, aber... Es geht. Das war knapp. Ich bringe ihr ein bisschen vor. Oh, das war sogar gut. Okay, jetzt musst du kommen. Ui. Der muss ja in die Mitte kommen, ne, irgendwann. Ja, der kommt Mitte, aber falsche Richtung. Oh, Mann. Wie lost. Einmal gerade kurz den Bus verkackt. Das war nice. Aber ich stehe da. Bitte. Oh, nein. Da kam der falsche Anbran. Ich hoffe, hier geht es besser zur Sache. Immerhin starte ich nicht in einer Runde, bei der es von Anfang an schon 2-0 steht, sondern ich direkt nicht entfachen kann. So, diese Begriffe... in der ich meine Prime zurückholen kann. Ah, da dachte er, ne. Da dachte er, wo kommt denn? Oh, das war so geplant, ne. Ich sag's euch. Ups. Hey. Sind sie das nur nur zu rammen, oder was? Ui. im das war echt sehr frisch er macht den passenden ich das noch mal in seine flugbahn es war so gut er hätte den glaube ich sonst nicht richtig getroffen das ist echt wichtig ich ich habe ich wollte gerade anfangen zu fliegen ich bin doch an mich überlegt er kommt durch jetzt hat er sich durch ach oh mein gott in den schiff seines mails kann ich das immer mal erinnern georg 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 was was das war die nicht drin ey man so ernst ich wollte nur kurz gucken ob das wirklich ein copyright ist ich bin ich bin ich bin noch hoch kommen nein georg 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 sein name george stecker george floyd auch noch mit nachnamen rein derzeit immer seinen ganzen namen dieser dumm kopf und jetzt mach guck zurück schlagen kann man auch ich hab dich wohl auch so sehr zerstört ich glaube er kommt nicht darauf klar dass gerade sein männer nur gegen mich geschaffen hat das lange nicht mehr an mich an mir natürlich auch aber die kleine wichser wenn man wieder auf asien zu haben spielen ok ich würde sagen das ist eine beschissene folge und tschau